hallo leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen infovideo da ich jetzt derzeit offscreen spiele und das let's play von evolution battle for utopia derzeit pausiert ja habe ich mitgekriegt beim offscreen spielen das vielleicht bald einen zweiten teil von evolution battle for utopia gibt den ich natürlich auch let's playen werde das sehr wohl klar denn einmal damit angefangen kann da bin ich aufhören und ja ich habe bereits meine e-mail gegeben als sie gefragt wurde um dort neuigkeiten zu halten selbstverständlich werde ich euch über diese neuigkeiten informieren daneben ist der selber wie interessant dieses game ist und ich hoffe dass ich anders als parola und chaos online ist das spiel beginnt mit dem ersten teil durch bin also in der hoffnung dass der zweite teil dann tatsächlich auch kommt also es wäre schon geil was findet ihr wie würdet ihr es eigentlich finden wenn es den zweiten teil davon gebe schreibt eure meinung doch mal in die kommentare und vergesst nicht einen daumen nach oben da zu lassen und wenn ihr zum ersten mal auf einem kanal seit dann sogar ein abo und ja sind die daumen nach oben dann wird man erschloben bis dann und ciao